Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute spielen wir mal Fernbus Simulator und hier gesagt wir gehen sofort los wir sind auf jeden Fall Radbus Fahrer würde ich sagen ja wir sind im Prinzip Busfahrer hier sind wir unser Bus und ja wir holen jetzt erstmal die Fahrt gestern let's go Klappe auf und jetzt die Fahrgäste wir fahren sofort los weil wir müssen ja auch pünktlich ankommen let's go und zu sehen wie weit haben wir es überhaupt wir haben es 224 Kilometer ja um Dings weder am Passwort war hatte 20 gleich war Action Wolf YouTube querstrich abonnieren nicht vergessen und dieses Video bleibt und es mit geschrieben in der Stadt wir haben wir haben die grüne Welle t ja auch für auch die Schleifel der Opel Uli schwerer Unfall ich weiß gar nicht was die Augen werden stellen jeder wird mal sterben aber schwerer Rote Fall wer hätte es gedacht wir dürfen aber auf jeden Fall unseren Bus auch nicht zu viel beschädigen und warum ziehst du jetzt hier rüber ja also wenn sie um die Zeit geht dann schon nicht mehr auf der Autobahn hier ist 100 erlaubt komm ey hier ist 100 und wir fahren genau 102 perfekt ja es ist kalt ist ja auch Winter jetzt wieder wärmer das war knapp ja man soll sich immer anschneiden wenn man Auto fährt oder Bus alles gleich genau halten wir kurz an schon wieder beschädigt das ist aber nicht so praktisch ja 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 so meine lieben gäste wir machen eine kleine pause viel spaß optimal eingeparkt ja weg der nicht weiter geht wie immer nur koffer ihr weißt ja wirklich koffer drin ja moin und ist da drüben auch ein dings das durch die viele koffer wir wollen richtig cool so wir fahren weiter meine damen und jahren weiter geht's ja polizei hier auf verfolgungsjahr dünn 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 oh blitzer ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen da stand noch so ein blitzer ich bin nochmal gespannt auf unser protokoll was wir am ende bekommen halt so schnell ja wir werden wirklich von der polizei verfolgt ich habe gerade einen von den A angefahren wir sind gleich da Amtkunftszeit ist 12 Uhr 43 und wir haben 11 Uhr 16 wir sind gut in der Zeit ich sage ja das sind die Kollegen und das die Polizei fang ich gleich mal wieder an und ups ja und ich kenne Leute die sind netter als sie sagen doch und die bekommen die kommt keiner die kommen keiner und die kommen keiner kommt keiner ja ich zeig ihnen gleich was ein Flieger ist und zwar sie fliegen gleich hier raus ich auch ja mach ja nicht immer so die leute beschweren sich immer dass sie zu spät kommen deswegen nur sie mit der 1 vor der Zeit verfolgt uns wirklich das ist wirklich nur ein so und schön abbiegen optimal ein mit dem 8 4 4 4 und es gibt da müssen wir rückwärtsgang mit schöner wie unsere bremsen haften und sind auch schon so jetzt sind wir hier ziel nur genau pünktlich können auch hier mal was sagen dass sie sehr pünktlich sind ja moin so also das war's wenn es euch auf jeden fall gefallen hat dann lasst auf jeden fall alle mal ein like da vergesst auch nicht zu abonnieren und die Türke zu aktivieren dass ihr keine weiteren Streams verpasst ich kann uns auch gerne mal ein live stream spielen das spiel will zei ey ja 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 ich will mich beinahe hier überfahren will ja nicht fahren ist keiner im auto drin es ist aber wirklich keiner im auto drin was ist denn das neue technologie ahja wir könnten nun gleich mal unser protokoll anschauen hoffentlich ist es gut geworden betet betet also gut fahrgäste optimal alles grün perfekt service hä über pünktlichkeit junge wir sind da tausendmal schneller gewesen als alles andere schäden und ja doch und heute interessiert schon gut das war's dann auf jeden fall hätte ich gesagt wenn es euch gefallen hat dann lasst alle mal ein like da wie schon gesagt vergesst auch nicht zu abonnieren würde mich auf jeden Fall mal mega supporten ähm ja wir sind auf dem Weg zu den 150 Aros und ja mal schauen wenn wir die erreichen wäre cool wenn wir die bald erreichen weil dann mache ich auch mal so größere Verlosungen und ja dann hätte ich gesagt haut rein informatik auf 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 Untertitelung. BR 2018